Herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Pokémon Ash Grey und wir machen jetzt hier mal ganz gefixt die Arena von äh, Fuchsaner City, genau, und wir sind hier, ähm ja, eine Arena und ein Blutzug haut von uns ab, aber die Arena ist was ganz besonderes und zwar wie man es vielleicht aus den früheren Spielen kennt, äh, sind hier unsichtbare Wände aber im Gegensatz zu den anderen Spielen konnte man die Wände, also damals konnte man die Wände sehen, also so ein bisschen, ein bisschen halt, aber jetzt sieht man sie überhaupt nicht mehr an, das ist jetzt ein bisschen doof, deswegen müssen wir mal gucken und blind uns vorantasten und wir können nicht fliehen, das macht so, das war ja so klar, ähm, ja, Wildes Voltoball hat sich hier getarnt, ich würde mir das voll scheiße, wenn man manchmal mit dem Latte hier einfach mal so seine Frames verliert, ich kapiere nicht wieso, das ist einfach so und ich kann da halt nichts dran rückeln, ja, super, ausgerichtet, das habe ich gewollt, äh, habe ich überhaupt einen Paraheiler oder sowas, na, ich glaube schon, hoffentlich, ähm, die Tote sind gegen, gegen Gift, ach, so ne Scheiße, ey, das ist typisch, ich muss halt irgendwie gucken, dass ich hier, was, was, was willst du von mir, lass mich schon ruhe, ich will ins Pokémon Center, ich will hier keine Pokémon fangen, ist schon, kein Ding hier, auch wenn es nicht ein Rihorn ist, ich will es nicht haben, so, Frosana City, jetzt muss ich mal gucken, wo das Pokémon Center hier ist, weil, das ist die Safari Zone, um mich mal ziemlich sicher, Pokémon Center, wo bist du, da bist du, ja, okay, die City ist doch ein bisschen, so nett mal aufgebaut, wie in den Spielen, so, ab, zurück, in die Arena, eigentlich ins Haus, ähm, ich hab meinen Tauburger, wie ihr vielleicht gerade eben gesehen habt, ein bisschen gelevelt, ich hab hier im wilden, im wilden Gras, äh, hohen Gras, ja, was auch immer, ähm, trainiert also jetzt hier, äh, an dieser Stelle und, bis jetzt auf Level 32, 33, ja genau, 32 und wir gehen jetzt mal schnell wieder zurück in die Arena und gucken, ob wir, wie viel vorankommen, nämlich gar keine Ahnung genau, wie das ist, das ist ein bisschen, scheiße, das scheint richtig zu sein, geborene Dunkelheit, gelädener Dunkelheit, das ist, das ist, was ein Ding hier ausmacht, sonst würde ich gegen mich kämpfen, komm, mit deinem Blutzug nämlich ist, vielleicht dreimal auf, so, Blutzug, Level 32, mit meinem Mohu und das jetzt Flügel schlacken kann, und ich denke mal, das macht ziemlich viel Schaden, aber leider kein One-Hit, schade auch, oh, schon wieder Parken, oh Mann, jetzt kann ich schon wieder rauslaufen, oh, das ist doch so eine Scheiße, oh, dieser Paralyse, kotz, äh, ganz ehrlich, kotz gleich, weil ich, zock ja, privat, Pokémon, ja, siehste, genau, genau, das hab ich, so, ich zock's ja privaten, jedes Mal, ja, ja, sicher, eine 15-prozentige Chance, dass man voller Paralyse nicht angreifen kann, und jetzt verletzt ich mich auch noch selber, weil ich verwirrt bin, durch eine Konfusion, ey, das ist nicht normal, ey, das kann nicht wahr sein, ich krieg echt alles ab hier, ey, diese Spiele hassen mich, ja, das kann doch nicht mein Ernst sein, ich bin, das Blutzuck, Critical Hit auch noch, ja, was denn noch, was willst du noch, was weiß ich, keine Ahnung, ganze Karte vom Burger King umsonst, kannst du auch von mir aus haben, ist mir scheißegal, aber was bist du schon meiner Bildfläche, Alter, dieses scheiß Blutzuck, Stachelspuren war das doch eben, paralysiert, Konfusion, verwirrt, die 25-prozentige Chance, glaub ich, dass man vom Paralyse nicht angreifen kann, was ist passiert, genau das, ich kann nicht angreifen, ach, ich krieg das, ich krieg echt die Motten, ist ehrlich, Alter, jetzt muss ich mal gucken, wie ich überhaupt weiterkomme, ah, lass mich durch, lass mich durch, man, ich muss doch mal einen Weg nehmen, ah, scheiße, das ist falsch, das ist super, aber jetzt ist sie weg, boah, das ist noch schlimmer, das ist bei Naruto, oh, heute, ich, denke mal, ich bin richtig, ich lauf, zum ersten Mal, hier diesen Weg, anscheinend richtig, ah, lass mich laufen, ich denke mal, hier sind wir richtig, schwächer eben mal die Sicherheit ab, oh, dieses Blutzug, ey, das ist unglaublich, so, Koga, wo bist du, drauf zu furzen, ist neblig hier, Dankeschön, so, dann fangen wir mal an hier, Meister, bin ja, wieder, Rennerleiter, Koga, mit seinem, Oh, ja, noch schlimmer, Level 40, wohl mit dir, boah, ach, du Wichser, was wollte ich auch noch machen, du Mistel, Alter, wo haben wir ja unsere, haben wir überhaupt, Buchflüssig, ich weiß gar nicht, natürlich nicht, äh, fängt er schon mal super an, äh, na super, jetzt kann ich mal gucken, was, was macht du überhaupt jetzt, Psychstrahl, ja, ja, sicher, sicher, es war so klar, was ist denn los, bitteschön, jetzt kommt die, komfuß, äh, Psychstrahl, macht, ach, kaum, ich, mir fehlen echt die Worte, wenn ich so etwas schon sehe, hey, dieses verdammte Romodell, leck mich am Arsch, ganz ehrlich, das ist so kreuzweise, aber richtig, klubstrahl von mir aus, hoffentlich macht der Ampel, durch die uns nicht dauernd, natürlich ist ja klar, wir sind bisher ein Stepmove, Dumbass kommt schon, hoffentlich sind wir schneller und können mit Flammenwurf was bringen, es trifft mich, ich hasse dieses Spiel so sehr, leck mich, so, krass, Arsch, es steht auf, ja, super, wie geil ist das denn, da bist du, du bist kein Name, du bist, geil, solange du es noch gut gemacht bist, er hat die Hälfte so, naht, Signalby macht das jetzt down, oder, na tatsächlich, trotz nicht effektiven Schaden, voll Dankeschön, ähm, ich weiß mal, wo man rein, das Paralyse, das könnte sich eingeschlechtert werden, ich hoffe mal, das Brüschtreibliche, das gilt, Alter, was ist denn los, Alter, du bist eine Miete mit deinem Pokémon, ganz ehrlich, hast du es geschafft, den zu beziehen, das geht jetzt auch bestimmt down, boah, nettet mich, was soll der Scheiß, Reset, wie soll ich denn die alles gewinnen, bitteschön, kackigen Umot ab, boah, wie, wie bescheuert ist das denn bitte, Alter, ging ein, ging eine Motte, verliere ich, was, scheiße, ich habe was vergessen, hat er jetzt, so, ähm, super portion, ich will ja, dass man, äh, noch überlebt, ja, überlad, imulator, mach jetzt ne schlapp, mach jetzt ne schlapp, mach jetzt ne schlapp, sonst kriegst du haue, in deiner Reihe, so, so, warum, ist dieses Spiel so schlimm zu mir, Au, Mann, das kann nicht dein Ernst sein, warum ist das Spiel so gemein zu mir heute, was hab ich angestellt, verrat mir das mal bitte, Game Freak, was habt ihr gemacht, Verschwörungstheorien, bauen sich grad bei mir im Kopf auf, warum, passiert mir das andauernd mittlerweile, ich krieg echt alles ab mittlerweile, das ist doch, das, äh, ne, das kann nicht dein, verpickter Ernst sein, ey Mann, alter, alter, ey, was willst du mich verarschen, Junge, ey, wenn ich ne Bazooka hätte, und das Spiel als Module liegen hätte, das Ding hätte tausend Raketen in den Arsch gestorben bekommen, ganz herrlich, Mann, jetzt greif an, äh, 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 immerhin, Scheiß, Schlafbruder geht daneben, so muss das sein, Leute, aus, ja, das ist auch noch ein Goldbart, nein, jetzt ist auch noch rausgerichtet mit Pikachu, da, warte mal, ich kann ja nicht Pikachu wiederbeleben, Franklin muss jetzt mal hier als Opferknabe dastehen, ich hab ja beleber in meiner Tasche, das hab ich grad eben gesehen, ne, nur noch, hat er, hat er keinen, hat er keinen Zellemok gehabt, scheint nicht, hm, falsche Erinnerungen gehabt, ach, was will ich mit Nugget, wie weit natürlich, Pikachu, so, ja, wir lachen breitig, komisch freie, kann mich am Arsch decken, Mann, 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 ey, das ist einer der schlimmsten Parts, die ich in mein Leben gedreht habe, ich weiß gar nicht, worauf ich auch schon mal gesagt habe, wo ich mir, wo ich auch mal solche komischen Momente gehabt habe, da kann man mich jetzt mal ganz explizit auf meine Smart Edition, beziehungsweise das Display, wo ich gegen, in wen halt das so kommt, ich kommt gegen den Champ, gegen den Kapaloris, mich so hart aufgeregt habe, ähm, ja, komm, ein Toxin, gegen Erschig, niedlich, da, ich weiß, auf jeden Fall, da war ich schon, 180, aber, das übertrifft alles, natürlich können wir nicht angreifen, hätte das gedacht, habe ich dann Top Genesung, natürlich nicht, Hyper Potion, ja, Super Potion, komm, wir gucken mal, ob wir irgendwie ein bisschen austauschen können, obwohl Toxin macht uns, das ist eh platt, Giftzahn, das ist doch nicht normal, Franklin Assert bei Poison, wir greifen jetzt an, beziehungsweise, wir kriegen es nicht raus, weil, Goldberg ist ja schneller, wir überleben, aber wir sind verwirrt, und verletzt uns bestimmt wieder, selbst so wie ich das Spiel kenne, wer hätte es gedacht, wer hätte es gedacht, Come on, was ist geschehen, was ist bloß geschehen hier in dieser Welt, Toxin, ja, Emulatung wieder schlapp, auf 30 Friends runtergegangen, wie sie weiß, geht es wieder auf 60 hoch, deadly poison, und Thunderbolt in your ass, oh, geil, immerhin, Quick Attack, Ruckzock hebt, nein, wie wenig das abgezogen hat, Pikachu, mach jetzt ein Crit oder so, nein, komm schon, was war das denn, so knapp, scheiße, los da best, komm, mach ihn fertig, kannst du, ausreichend, Flammenwurf hier, Kungfu, Streit, nein, das Spiel hat nicht, hat es bestimmt nicht so eingestellt, ich mich 100% verletze, wenn ich verwirrt bin, ich weiß das doch, ja, sicher, komm on, so eine Scheiße, erzählen ist, ich hab so wenig Kapitel, so wenig Kapitel, das kommt, das muss so wenig Krieg in den Raum, und, die Zied, die Paul oder Resilief, alles Attacken, die nicht 100% von der Trefferquote haben, Tackle, viel geschlagen, besiegt mich voll, ja, toll, volltreffereig, come on, ich krieg' alles ab, ey BBBBBBBBBBBB dann weiß. Komm Flammwurf Wing-Attack überleb! 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 huuuuuh HAAH es kann nicht sein SONS-SCHEI-SCHE- MANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN was ist denn passiert? Alter Wing-Attackers Überlebe ich nicht. Such mal Ficken. Scheiße. Alter. Was war das, bitteschön? Alter, so viel Pech kann man gar nicht haben. Boah. Boah. Niemals in 1000 Jahren kriege ich so eine Härte ab wie heute. Das war die Krönung aller Krönungen, ey. Das ist ja unglaublich. Hammer hart dieses Spiel, wa? Alter. Boah, ey, da kriege ich so einen Hals. Haut rein, Leute, wir müssen jetzt bar.